Ja, hallo, servus, grüß dich und moin moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Stefan Borde und wir schauen uns jetzt die Tesla-Aktie an. Und zwar stelle ich mal die halbe Branche, die Automobilbranche, gegenüber zum Wert der Tesla-Aktie und der aktuellen Marktkapitalisierung. Danach schmeißt man die ganzen anderen Werte raus, also Daimler, BMW, Porsche und so weiter, und schauen uns dann nur die reine Tesla-Aktie an. Wie weit ist sie gelaufen, wie weit könnte sie noch laufen, wie würde ich mich positionieren, eher short oder eher long, oder bleibe ich lieber an der Seitenlinie stehen, weil die Blasenentwicklung ist ja, denke ich mal, für jeden offensichtlich. Aber so eine Blase kann auch noch weiter aufgebläht werden. Von daher schauen wir uns das direkt am Start jetzt an. Ja, Moment, Moment, nicht erschrecken, willkommen in der Blase. Also ich erkläre euch das Bild, was ihr hier gerade seht, einmal ganz schnell. Und zwar seht ihr hier den Tesla-Chart. Das ist der Hauptchart. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt einmal die Marktkapitalisierung und die Kursentwicklung gegenübergestellt der Tesla-Aktie. Und zwar Tesla notiert jetzt mit einer Marktkapitalisierung von 278 Milliarden US-Dollar. Also das eine Blase zu bezeichnen, ist, denke ich, gerechtfertigt. Das heißt aber noch nicht, dass die Blase sich noch etwas weiter ausdehnen kann. Was würde ich jetzt machen an Elon Musk seiner Stelle? Tja, mit 278 Milliarden könnte man natürlich auf grandiose Einkaufstour gehen. Entweder macht man eine Einkapitalerhöhung oder man bietet vielleicht folgenden Unternehmen so einen kleinen Share-Deal an. Man tauscht ein paar Aktien auf. Was würde man dann dafür bekommen? Vorausgesetzt, die Aktionäre würden das akzeptieren. Und zwar würde man bekommen, ich habe euch jetzt mal hier die ganzen Produzenten von Autos reingefügt. Und zwar fangen wir an mit der Daimler-Aktie. Die Daimler-Aktie könntest du jetzt für 48 Milliarden US-Dollar kaufen. Dazu BMW 41 Milliarden US-Dollar sind hier gerade mal schwer. General Motors 38 Milliarden. Ford kriegst du auch noch obendrauf für 27 Milliarden. So für 18 Milliarden. Fiat Chrysler für 16 Milliarden. Nissan für 16 Milliarden. Ja, und die Franzosen, gut, die braucht wahrscheinlich kein Mensch und werden auch über die Wupper gehen. Peugeot für 14 Milliarden und Renault für 8 Milliarden kriegst du noch obendrauf. Das heißt, Tesla müsste jetzt aktuell nur ein bisschen was ausgeben, 276 Milliarden, um die ganzen Konzerne aufzukaufen und hätten noch 2 Milliarden als Taschengeld übrig, um dann vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Gras einzukaufen. Weil das raucht ja der Elon Musk auch mal gerne auf der Bühne. Also ihr seht die Kursentwicklung hier von den Global Players und dann das Durchstarten von der Tesla. Ja, wie kann es dazu kommen? Schaut euch gerne mal. Ich verlinke euch das auch nochmal und stelle es gleich hier in die Infos mit rein, damit ihr nicht lange suchen müsst. Ich hatte ja da das Video Tesla, eine Welle 3 in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Da bin ich drauf eingegangen auf Deiner Sirt, auf Porsche, Volkswagen. Damals Ansage Ende Januar. Porsche Aktien müssen sich halbieren und auch die VW Aktien müssen sich halbieren. Also wer das Video damals noch nicht geliked hat, sollte das noch tun, denn beides ist eingetreten und auch Tesla sollte dann eine Korrektur einleiten im Bereich von 700 Dollar. Ja, ist weitergelaufen, ja, ist bis auf 900 Dollar hoch und das schauen wir uns doch mal etwas ausführlicher an, wo wir eigentlich bei Tesla aktuell genau stehen. Also schmeißen wir Tesla auf US-Dollar Basis hier in den Raum, muss kurz aufräumen, schmeißen wir hier die ganzen guten und schlechten Automobilhersteller mal raus. So, so, Suki weg, Ford weg, General Motors weg, BMW auch weg und Daimler. So, jetzt haben wir den nackten Chart, nicht den nackten Chart, sondern den bearbeiteten Chart der Daimler Aktie. Wenn ihr euch das Video angeschaut habt, werdet ihr feststellen, also das vom 31. Januar, das Video, werdet ihr feststellen, wo wir sind. Damals waren wir genau an diesem Punkt. Ja, ich hatte gesagt, ja, noch ein bisschen Hochlauf kann kommen, dass es so weit läuft. Ja, auf 964 Dollar, hätte ich jetzt nicht gedacht, im Anschluss sollte dann, das war der Bezugskurs hier, 150 Dollar runter. Das hat auch gepasst, wir sind dann nochmal unter 400 gelaufen. Aber aufgrund der folgenden Dynamik, die dann stattgefunden hat, ist hier ein Wechsel vorzunehmen in der Zählweise. Das heißt, ja, eine Welle 3 in ihrem Lauf hat weder Ochs noch Esel auf. Aber wir haben hier mit diesem Hochlauf bis Anfang Februar hinein erst die Welle 1 der 3 beendet. Hier runter läuft die Welle 2 und aktuell läuft noch die Welle 3. Die ist kurz vor Fertig, meines Erachtens. Dann Korrektur, Welle 5 der 3 wird dann hier oben beendet. Müssen wir uns dann wirklich nochmal anschauen. Das heißt, selbst eine Tesla, obwohl die schon extrem gut gelaufen ist, also ich wollte jetzt nicht mehr einsteigen, klar. Aber obwohl sie schon extrem gut gelaufen ist, das heißt nicht, dass sich sogar diese Blasen sich noch etwas weiter entwickeln kann. Gucken wir mal im Wochenchart rein. Nee, im Tagesschart, Wochenchart ist nicht aussagekräftig genug. Also aktuell ein Kursrücksetzer. Mein Kollege, der Mario, ist ja gerne auf der Short-Seite aktiv. Ich habe ihm letzte Woche gesagt, du, das sieht noch nicht fertig aus. Da waren wir hier im Bereich 1.400 Dollar. Er ist dann mit leichten Verlusten, ja, war knapp an der Fünfstelligkeit, ist auch noch rausgekommen aus der Aktie. Tja, wer nicht hören will, tut mir leid, Mario muss fühlen. Jetzt ist eine viel bessere Gelegenheit, zumindest wenn man da intraday unterwegs ist, nochmal auf der Short-Seite 200 Dollar mitzunehmen. Aber das ist natürlich High-Risk. Wer kauft überhaupt die Aktie? Ja, ich habe euch hier das mal zusammengestellt. Das habe ich bei Zero Hedge gefunden letzte Woche. Das sind die Robinhood-Tesla-Käufer. Ja, also Robinhood, das ist die Plattform in den USA, wo es massive Anmeldungen gegeben hat in den letzten Monaten mit viele hunderttausend Leuten, die jetzt in diesen Aktienmarkt reinkommen, die eigentlich von Tuten und Blasen wenig Ahnung haben, aber trotzdem in der Masse. Und das ist das Schöne an den Elliott-Wellen. Wir wissen nicht, wieso, weshalb, warum. Wir wissen nur, eine Welle 3 kann exorbitante Ausmaße haben. Dass das dann hier von diesen Robinhood-Tradern und Anlegern verursacht worden ist, so what, ist ja egal. Solange es immer noch Käufer gibt oder mehr Nachfrage als Angebot, steigt natürlich der Preis. Das wird sich natürlich irgendwann umkehren. Also spätestens, wenn wir dann hier oben am dritten Widerstand des Quartalspivots angelangt sind, da wird dann die Luft dann schon dünner. Zumindest bis in den September hinein, weil dann muss zwangsläufig eine Erholungsphase kommen. Wir sehen aber auch hier, dass bereits jetzt im Juli massive Verkäufer stattgefunden haben. Ja, also das hier ist schon, da machen Leute jetzt Kasse gerade. Muss man, sollte man beobachten und auch nicht unterschätzen, dass jetzt hier in dem Markt reinverkauft wird von größeren Adressen, die halt sagen, okay, war geil, was man da die letzten Monate seit März mitnehmen konnten. Ja, die Aktie hat sich ja mehr als vierfach, fast verfünffacht. Das ist schon heftig, sind das bei so einem großen Wert. Genau, also da bitte vorsichtig werden. Denn auch hier, das ist, ja, den Indikator nehme ich gerne dazu, um halt vielleicht so Extremphasen herauszufinden. Der ist schon extrem überkauft. Ja, RSI ist im Anschlag gewesen. Wir waren hier in der Welte 1 schon deutlich höher gewesen, ja. Aber so eine Divergenz, die kann sich auch noch weiter aufbauen. Das heißt, mit diesem nächsten Hoch, was ich hier noch erwarte, wird dann der RSI, also der relative Stärkenindex, nicht mehr ganz so hoch steigen wie hier. Und schon gar nicht mehr so hoch steigen wie dort. Ja, das heißt, wir könnten hier über die nächsten Monate, ich sage mal, bis zum Jahresende eine schöne Divergenz haben. Vielleicht eine doppelte oder dreifache sogar. Also hier haben wir eine erste Divergenz, dann eine zweite und eine dritte Divergenz. Und dann ist es Zeit, ja, wenn wir das dann haben, dieses Hoch, dann auf der Short-Seite aktiv zu werden. Ja, dann kann es spaßig werden, vielleicht auch mit Optionsschein, wenn die Volatilität dann nicht ganz so hoch ist. Weil der Bulle geht die Treppe rauf, der Bär springt aus dem Fenster. Und in dieser Phase, wenn dann hier so ein starker Abverkauf kommt, vielleicht um 50, 60 Prozent, das heißt über 1.000 US-Dollar, dann haut es natürlich die Volatilität hoch und das ist natürlich dann gut für Optionsscheine. Ja, soweit. Dann habe ich hier noch den Elliott-Wellen-Indikator, den kennt ihr ja. Und der sagt eigentlich ein Okay, eigentlich passt es von der Zählweise. Ja, also 1.000, 2.000, passt Korrektur. Dann hier eine erste Bewegung als 1.000, die ist jetzt höher gegangen, wäre eine 3.000 und hier würde dann vielleicht auf selben Niveau ein bisschen höher die 5.000 der 3.000 ein Ende finden. Ja, das müssen wir jetzt beobachten in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, eigentlich soweit dazu, was die Tesla-Aktie angeht. Also wie gesagt, schaut euch gerne nochmal das alte Video aus dem Januar an, dass das dann so extrem nach oben geht. Tja, also 1.618 haben wir schon bereits erreicht, heißt aber nicht, dass dort Schluss ist, sondern wir sehen hier klar eine Trendumkehr, aber eine Welle 3 oder die komplette Bewegung kann natürlich auch das 2,618-fache, das wäre erst bei 2.400 US-Dollar der Fall. Weil, tja, so ist das in der Blase, die wird immer genährt, bis sie dann irgendwann überdehnt ist und platzt. Ja, und dann muss man halt auf der Short-Seite zugreifen. Gut, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer Daumen hoch, teilt es, liked es, Fragen ab unten in die Kommentare rein. Bin auch gespannt, wie ihr die Tesla-Aktie einschätzt, weil Gewinne machen die noch nicht, aber trotzdem sind die halt so massiv bewertet. Klar, sie bauen ihre Werke auf der grünen Wiese, also wenn man bauen darf, zumindest in Deutschland, das ist ja auch immer wieder mal ein ganz spezielles Land, man verhindert ja Innovation und Produktion, aber das ist ein anderes Thema. Haben auch keine Altlasten, ja, keine Pensionsverpflichtungen und so weiter, müssen auch die Produktion nicht umstellen, sondern sie bauen einfach Elektroautos. Also wie ist eure Meinung dazu zu Tesla? Wird sich das durchsetzen oder kann eine BMW, eine VW das noch aufholen und dann auch noch besser machen? BMW kam mir jetzt erst die Mitteilung, dass sie jetzt den dritten Batterieproduzenten an Bord geholt haben, ja, neben den Chinesen, Südkoreaner, jetzt halt die Schweden. Ja, bin auf eure Meinung gespannt, packt sie gerne unten drunter. Ich wünsche euch ein schönes, geiles Wochenende. Genießt es, erholt euch und dann seid natürlich wieder fit und produktiv in der kommenden Woche. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover.